Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Video für Zwischendurch. Und zwar geht es heute darum, wie ihr auf meinen Minecraft-Server kommen könnt. Es ist nicht schwer. Ich wurde darum gebeten, wieder die Mods reinzuhauen vom letzten Jahr. Wir haben jetzt noch ein paar hinzugefügt und deswegen könnt ihr nicht einfach so auf den Server jetzt joinen. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Völlig easy, macht euch da keinen Stress. Alles, was ihr braucht, dafür ist in der Beschreibung. Da ist sogar Discord drin. Also von daher, kommt einfach rein. Habt Spaß. So, wir beginnen mit Mods. Ja, ich habe die Mods jetzt hochgeladen. Heißt einfach nur Mods Ra. Fertig ist. Ne? Den downloadet ihr. Dann geht ihr auch noch gleichzeitig auf Minecraft Forge. Und da holt ihr euch die Version 1.1.2.2. Ladet euch einfach den Windows-Installer runter. Installiert den Kram. Und dann zeige ich euch gleich, wie ihr da reinkommt. Vorher müssen wir natürlich die Mods reintun. Und zwar, huch. Ich stehe alles wieder voll bei mir. Und zwar schreibt ihr unten in die Startleiste Prozent App Data Prozent. Zack. Und dann landet ihr hier. So, da geht ihr in die Minecraft Ordner. Hier könnte eventuell bei euch schon der Ordner Mods drin sein. Muss aber nicht. Also wundert euch nicht. Wenn er nicht drin ist, erstellt einen neuen Ordner. Nennt ihn Mods. Tut die Mods Ra rein. Und entpackt sie einfach. So. Dann entpackt ihr sie. Blablabla. Hier. Zack. So. Dann habt ihr die Mods installiert. Die ist nicht wirklich schwer. Ja. So. Dann, nachdem ihr Forge und die Mods installiert habt, geht ihr auf Minecraft. Auf den Minecraft Launcher. Dann habt ihr hier Forge. Also hier. Da. Hier ist ein Forge. Da. Dann ist es da drin. Da klickt ihr drauf. Und dann klickt ihr auf Spielen. Und dann joint ihr dem Server. Die IP findet ihr auch unten. Und ja. Ich habe jetzt schon ein paar neue Plugins installiert. Die Tage wird immer mehr drauf kommen. Also ich packe was drauf zum Testen. Und wenn es nicht funktioniert, packe ich es wieder runter. Ich mache das alles einmal am Tag. Damit ich den Server nicht so oft neu starten muss. So. Ja. So viel dazu. In einer Stunde kommt die nächste Fallout. Äh Fallout sage ich schon. Minecraft Folge. Und da werden wir dann das Haus neu bauen. Also. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.